Hallo liebe Leute, hier sind wir wieder, der Grufty und sagen, tja, aus der Pals, hätte ich beinahe gesagt, hier, verbeug dich einmal ein bisschen, genau, wir haben uns ein bisschen anderes Outfit zugelegt, und die, wie heißt das, die Ruinenwächterrüstung, also zumindest das Oberteil, und einmal das Tragenblut-Großschwert, und jetzt gucken wir mal, ob jetzt hier der Verfolger auch nochmal kommt, da ist er ja auch schon, mal experimentieren, ob das klappt, wie der muss, weiß es nicht, Langsam aber, ist er ja, ne, wow, das macht aber ganz schön, Pfeffer, das Ding, also wenn ich jetzt recht sehe, 500, irgendwas, 75, kann das sein, ich glaube ja, oh, ich habe zu wenig Ausdauer, 518, also irgendwer stimmt jetzt nicht, ich sehe es vielleicht auch nicht, öffnen, warte einen Moment, ich gleich mal, oh, tut mir leid jetzt alle, solange, das geht jetzt so nicht, wie du dir das jetzt vorstellst, ja, glitzern das Titanit, habe ich jetzt auch, okay, Wink, das war er jetzt, ich glaube, noch zweimal, und dann, haben wir ihn, überall, bis denn, auf die erste Palze, wir haben jetzt, mit der manageschläge,